Thema dieses Films sind Infektionskrankheiten. Auslöser für infektiöse Erkrankungen sind winzig kleine Krankheitserreger, die in Form von Bakterien, Viren und Pilzen in den Körper eindringen. Dort vermehren sie sich und infizieren den Körper. Die Reaktion darauf ist eine Infektionskrankheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Reaktion des ZDF für funk, 2017 Die Reaktion des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020